Das ist Robert. Robert ist IT-Manager in einem stark wachsenden Unternehmen, welches sich durch digitale Geschäftsmodelle verändern will, um Wettbewerbsvorteile in einem schnelllebigen Markt zu erlangen. Robert ertrinkt im Datenwachstum. Daten, welche die digitale Transformation vorantreiben sollen. Er soll Datenwachstum und globalen Zugang gewährleisten, Daten schützen und gleichzeitig Mehrwerte aus Daten generieren. Doch aktuell ist der Wandel seiner Firma von der traditionellen zu einer modernen IT noch eine schwere Herausforderung. Der Weg zur digitalen Transformation erfordert notwendige Optimierungen, um Komplexität, Verwaltungsaufwand und Kosten zu reduzieren. Robert trifft sich mit seinem IT-Partner, um die besten Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu diskutieren. Der IT-Partner empfiehlt das Objektspeichersystem ECS von Dell EMC. Aber was macht ECS so einzigartig? Herkömmliche Systeme unterliegen vielerlei Komplexität und Limitierungen hinsichtlich Kapazitätswachstum, Administration und Datenzugriff. Meist befinden sich Daten auf traditionellen Speichersystemen in kleinen Pools oder verteilt auf verschiedene Systeme, die eigene Silos darstellen. Der Versuch, diese Datenpools zu verwalten, ähnelt einer Konversation, bei der niemand die gleiche Sprache spricht. Meist sind die Admins in mehrstufigen Komplexitäten gefangen. ECS bietet die perfekte Balance zwischen Skalierbarkeit und Funktionalität, so dass Kunden unterschiedlichste Workloads auf einem System konsolidieren können, um sich so von bestehenden Datensilos zu befreien. Dell EMC ECS, die Objektplattform der dritten Generation von Dell EMC, bietet einen objektbasierten Cloud-Speicher direkt im eigenen Rechenzentrum. Dies ist ein moderner Speicher, der die Datenanforderungen von herkömmlichen und modernen Applikationen erfüllt, global verteilt und multiprotokollfähig. ECS ist Enterprise Storage mit einem unglaublich niedrigen Data Protection Overhead und skaliert beginnend bei einer Bruttokapazität von 60 Terabyte bis in die hohen Exabytes. Dank Metadatensuche können Benutzer jederzeit und von überall auf der Welt auf die richtigen Informationen zugreifen, ohne dass eine spezielle Datenbank erforderlich ist. Darüber hinaus gewährleistet ECS absolute Datensicherheit und unterstützt alle gängigen Compliance-Anforderungen. Robert freut sich über diese neue Lösung, die ihm endlich die Freiheit gibt, seine Daten im Unternehmen vielseitig zu nutzen. Mit ECS verfügt Robert nun über einen einfachen, sicheren und skalierbaren Objektspeicher, der die Grundlage für seine datengestützten Geschäftsmodelle im Unternehmen bildet. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020